ja halli und hallöchen meine lieben freunde und damit dürfen wir jetzt in der neuen folge von let's lieben grüßen heute mit dubbi hallo und chokla wir spielen aram ich habe aktuell die jenna ich denke das werde ich auch so lassen und chokla den draven und dubbi den 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 hier six heißt der typ und ich muss eben was ausständig ich kann die musik gerade im lounge gar nicht ausstellen gott ist das ist nervig egal habt ihr doppelt musik ja direkt kurz abschalten hoffe ich jetzt einen gut ich hatte ein eher mäßig schönes wochenende ja kann mich nicht klagen ich mich schon ich weiß nicht ob ich das gleich so ich weiß nicht ob ich mich gleich zu anfang der folge auskotzen oder ob du das lieber mond an dem montag schon gemacht hast oder montag machen willst für einen montag was für mark 8 montag ja bei der mark 8 montag für diesen montag ist ja schon gelaufen und naja ich meine dann für den nächsten montag aber das ist das ist nicht genügend inhalt um das in eine folge zu packen das dauert vielleicht drei minuten so das spiel startet man sieht mein wunderschön die geben im hintergrund ja wie waren dein wochenende schau klappen wenn wir gerade schon dabei sind und man sieht die den skype call im bild ich da fast drinnen land voll verplant du hattest 14 stunden schlaf oh ja das war wirklich cool also wir hatten einen schönen eigentlich ein schönes familienwochenende in hier wie heißt in österreich wo ich mich eigentlich sehr sehr darauf gefreut habe weil es immer schön ist die familie wieder zu sehen und blau und weil bis jetzt die letzten urlaube im allgäu beziehungsweise in österreich immer sehr schön waren aber dieses wochenende war so scheiße erst mal hat es also normalerweise bin ich ja der typ der der es mag wenn es regnet und wenn es kalt ist aber nicht dann wenn er einmal raus gehen will ja wir konnten nicht in kletterberg wir konnten auf keine rodelbahn wir konnten einmal kurz ein bisschen wandern am samstagmorgen das weiter kurz gut war und ja ansonsten sind wir nur in der hütte rum gesessen hatten aber haben gestern abends zusammen extreme activity gespielt das war lustig das war auch meine idee und ja heute beim heimfahren haben wir dann noch eine autopanik gehabt das auto von meiner mutter kaputt tolles wochenende ich habe ja gesagt das passt nicht in mario kart 8 montag doch das ist eine ganz kurze folge von mario kart 8 montag machen können ja dann hätte ich noch mehr geld bekommen ach halt nintendo klämt ja sowieso jetzt mario kart video da war ja was kann man sieht so komisch aus wer sieht komisch aus aris hand ach so so ja mein so beide oder nur eine nein nur die linke die ohne handy so generell warum kenne ich so viele skins davon nicht gespielt hat ist ja viel zu lange warum habe ich eigentlich china genommen und ich habe nicht mal meine maus zurück und links geguckt habe keine ahnung ich glaube ich habe total verkackt jenners das heißt jenners jistana skin sieht richtig schön aus ja ja heute haben die ja nur das flash hat jetzt mal aktualisiert aber das sieht trotzdem voll schön aus finde ich ich mache jetzt einfach spiel jetzt auch gott prozentig nach riots vorgabe ich weiß das sollte man eigentlich nicht tun ich glaube da ich den film doch ein hat leckts ein bisschen haute ist richtig groß das haute interface so mikrofon kabel stört mich kaum auf meiner tastatur gott sei dank das wäre sonst ein bisschen du so ist das mal tristan anleiten das der wahl aha aha i like it auch das war eine fähigkeit ich glaube hier mal stehen auch das schockler kast was tut kast 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 Sie haben Lux. Ich muss mal eben was in meinem Profon-Kabel machen und so muss ich das mal eben untermein, dass er tut und ansonsten kriege ich die Krise. Du übrigens, ihr seht ab jetzt den Chat, ich hab die Webcam verschoben, danken könnt ihr mir später. Abonniert mich einfach und spendet mir, danke. Oh Mann, musst du es jetzt in den Chat schreiben, da wenn man den Chat wieder sieht, wo der nur mit Scheiße voll gespammt von Mitspielern war ja klar. Oh mein Gott. Okay, Lux ist tot. Lux ist tot! Was sag ich hier? Ich weiß nicht mal welche Rune Masteries ich mit hab. Hab keine Ahnung. Nein. Wahrscheinlich hab ich AD Masteries dabei oder so. Ist jetzt egal. Aber mit Spaß. Du kannst ja mal eine AD Jenna in Earth spielen. Es gibt kein Earth mehr. Nie wieder. Earth ist vorbei. Und warum steht Poppy nur AFK rum und macht nichts? Sie wartet auf den richtigen Moment. Aha. Im Moment, dass wir alle tot sind und sie Pentacle machen kann. Wenn ihr diesen Heal wollt, müsst den euch erkämpfen. Auch natürlich ist er von meinem Team. Erstmal Poro füttern. Poro hat Spaß! Poro ist glücklich! Ach übrigens, es gibt ja jetzt zwei Poro Kekse. Krass. Einige Poro füttern. Also ich möchte 20 mal Schild geben, aber es geht nicht, weil ich es nicht hab. Oh, jemand ist gestorben. Gestorben? Ja, voll hart, ey. Voll krass. Ich hole mir jetzt eben da hinten den Heal und guck, wir werden das denn wie ihr den Rest tötet. Ich hab den hier nicht mal bekommen. Ich bin doof. Fuck. Hallo, wie geht's? Das ist alles gut. Hey, ich mag dich sehr. Komm her. Was? Kuscheln. Oh, wie nett von dir. Kuscheln. Ich hab nicht mal aufgepasst auf dein Geschenk. Ah! Bait! Bait! Das war ein Bait, yo! Oh, fuck me! Das war auch ein Bait. Till, Till, Till. Ihr müsst auf meine Bait eingehen, Mann. Oh, nein. Nice one! Komm, Poppy, tu etwas nützliches! Ja, ja! Oh, scheiße, das ist mit dem Ultima nicht mehr ganz drauf. Schade. Es sah aber richtig aus. Ich hab sie gerade so gerettet. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Eigentlich wollte ich sie sterben lassen als Köder. Aber... Naja. Perfektion? Ich hab das. Im Hintergrund kommt gerade ein trauriges Pianolied. Das passt nicht! Was für ein Piano? Keine Ahnung. Jetzt kommt League of Legends Musik. Curse of the Sadman. Wuhu. Hype. Ich hab Ulti. Ich werde sie sowas von falsch benutzen. Wollt ihr Heal haben? Daaaaaa! Boah, ich... Ich fühl mich jetzt so viel besser. Du hattest voll allein. Ich hab das gebraucht. Ich hab gedacht, ich heal es einfach mal, weil... Why not! It's for the base! Oh fuck, fuck! Warum hat mich diese Lux-Ulti getroffen? Ich war 20 Meter daneben. Oh, shit. Halt die Fresse, Handy. Nein, nein, nein. Ich... Bin mir nicht genau... Ich geh mal weg. Hahaha. Hätte ich jetzt lachen sollen, oder? Ich kann mich nicht backporten. Wir sind in A-Ram. Ich bitte dich. Ah, genau. Da war ja was. Da war ja was. Ich hab grad echt gedacht, das wäre ein Scherz von dir. Ich bin enttäuschtlich, war der. Ah, nice try. Ah, nice try. Oh. 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 Close. Das war auch ein nice try, oder? Oh, fuck. Oh, fuck. I'm just gonna take that. Aua. Gut gemacht. Ah! Ah. Du wurdest erleuchtet. Ja, ich merk schon. Wenigstens einer ist jetzt in der Leuchte. Ah, ah. Okay, da ist eine Lyx. Sie fliegt, oder auch nicht? Wow, ich mach sehr viel Scherz. Ähm, geht weg. Oh. Ich hab sie gegen die Wand gedrückt. Das war total geplant. Mein Kill stirbt. Tschüss. Nein. Ich hab doch mein Scherz gemacht. Und ich hab ein Digimon-T-Shirt an. Das ist das Wichtigste gerade. Was ist denn so witzig? Warum lachst du? Dieser Fight eben war so priceless. So random. So random. Oh, grad kommt so voll die emotionale Musik. Yeah! Ja, wir dachten sie immer gut. Yeah! Yeah! Ach du. Nein. Oh. Fuck. Nein, hör auf. Du, nee. Ach so. Wo kommen wir eigentlich die Bomben her? Das ist von, ach das war hier. Tristana, ne? Ja. Hat er jetzt pumpen. Oh, ich hab... Ach. I did the thing. It's a drop! Okay. Entschuldigung, ich brauch mal Ana. It's a drop! Ich kann halt zwei davon, ne? Oh. That's so cool. Was ist denn, Busch? Ah! Ah! Ah, was passiert hier? Ich lebe noch. Wieso und warum? Du weißt halb. Hallo. Was machst du eigentlich da vorne so alleine und... Ah! Oh my god. Ich wollte gerade noch ulten. Ich wollte in dieser Sekunde ulten, wo ich gestorben bin. Man. Ich bin top, ulti. Das hast du getroffen. Was hab ich gut gemacht? Hast du Doppelkit bekommen? Ja. Ja. Bin ich nicht so. Typical. Ja, war alles... War alles meine Vorarbeit natürlich. Ach, man denkt. Haha, fick dich. Ich bin ausnahmsweise mal ein bisschen Gate wert. Weißt du, bist ein bisschen Gate wert. Gate. Soll ich mich exekutieren lassen? Nein, solltest du nicht. Ach so, doch. Aber jetzt noch nicht. Die sind aktuell zu... Die sind gerade da. Ja. Das ist ein bisschen ungünstig, wenn die da... Jetzt geht ihr mit dieser Folge mit einem Ohrwurm raus. Tut mir leid. Sorry, not sorry. YOLO. Heee! Das ist eine gute Ulti. Nein, war es nicht. Ich weiß. Sorry. Nice. Auto-Attack. Aber die Ulti gab es... Die war schon... CS-like, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, ich bin noch nicht gestorben. Ich bin begeistert. Warst du? Bist du eigentlich überhaupt schon mal gestorben? Ach, null. Okay. Oh, in 15 Sekunden. Life by the air, the air, the air, the air. Air, the air will, die langwiss ich euch noch? Lebe. Jetzt ist er gestorben. Noob, Peter, report. 5.500. Was kaufst du dir denn schön? Oh, mein Gott. No, no. Tschüss. Tschüss. Bin weg. Tschüss. Ich hab gesagt... Jetzt hab ich den Tower geschildert. Ich wollte doch mich schildern. Hab gern den Kill geklaut. Oh, war das schlecht vorhin. Warum macht eigentlich Ari nichts? Ari! Mann! Oh. Warum ist die Ari so unglaublich unkompetent? Ja, das sind meine Sorgen. Okay. Let me keep you. Guck, guck, guck. Guck, guck. Hallo. Hallo, Dreyfue. Oh, yay. Oh, no. Get back. Wuuuuh. Da. Nein. Bin der Supporter, ich darf sterben. Dabi macht Kills. Danke, Wolfi, für die Rettung. Kills hier alles. Ich hab es versucht. At least to try it. Es sind ja nur die Wichtigen gestorben, ne? Ich will die Lux. Dann lad sie zum Ball ein. Wie weit geht die Ultimate von... ...Segans? Von wem meinst du meinst? Ich meine Hauptapfel. Weiß ich nicht. Nein, Lux wurde schon gekillt. Boah. Weiß ich auch, warum du gefragt hattest. Cool, kill. Nice. Weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich bin froh dafür. Da ein bisschen. Die Minions müssen ja auch einer machen. Oh mein, Tau, da läuft das. Das finde ich echt super. Mann, Zet verpisst sich doch, du Stück Kot. Nein, du Gott. Du Stück Schatten. Nein. Oh. Warum fokussen die mich? Oder war es nur ein Leben, dass ich geplatzt bin? Das kann natürlich auch sein. Ja, meine KDA ist noch über Null, oder? Ja, 1,9 ist doch okay. Ja. Vielleicht wird sie noch auf zwei. Oh wow, ich habe ein Minion pro Minute. Oh, das kann man aktivieren. Was? Nichts. Rette dich. Ja, die wichtigen leben mal wieder, ne? Ja. Allgemein bekannt. Moment, ich habe Udi. Tschüss. Bye. Bye. Give me my triple. Oh baby, a triple. Oh, hätte ich jetzt mein Item, das ich gerade verschwendet habe. Verschwendet oder verschenkt? Man verschenkt nichts. Außer Liebe. Nein, du Ficker. Komm jetzt ein Heal. Das ist mir jetzt egal. Mein Heal. Nein. Oh, oh, oh. Was zu late. War schlecht. Ich hätte dich fast gerettet haben und nur fast. Vielleicht hätte ich dich nächstes Mal ganz. Aber hast du immer noch den Kick gekriegt? Yay. Nein. Toll. Wir sterben gerade alle. Dabi, möchtest du versuchen zu überleben? Ich kann jetzt versuchen. Tristana war aber gerade nett. Ja. Du lebst immer noch. Hör auf zu lachen. Du lebst immer in der Krise. Du lebst mir in der Crysis frei. Oh mein Gott. Ulti ist fertig. Was? Ich weiß, der Pann war schrecklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Los. Wir töten jetzt den Rest. Ja. Schild. Moment. Das ist nur noch die Dain. Die könnte unsichtbar sein. Wir sollten vorsichtig sein. Nein. Rein. Kerngedanke rein. Wir machen jetzt einfach den Tower weg. Kann nichts machen. Muss zugucken. Hier. Bam. Jetzt auf die Dain drauf. Jawohl. Wird sie sogar verlangsamen. Aber das ist vorbei. Ähm. Okay. Was? Ich sterbe gerade. Ich sterbe. Ich sterbe gerade sehr oft sehr unnötig. Ich finde, ich sollte das unterlassen. Oder? Soll ich das unterlassen, unnötig zu sterben? Wenn ich die, Patrick. Wenn ich die. Schockler, du bist gerade in der Kamera. Sei fabelhaft. Du bescheidest. Oh mein Gott. Perfekt. Perfekt. Nehmt Bier. Sei fabelhaft. Letztlich erst mal ein Hardlife machen. No. 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 Hex. See you, man? Hi. Hi. Hello? 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 Hi. Oh. na verdammt du wirst du stan avi sterbt und jetzt was machst du mit der ulti das spaß okay da kommt sie zurück hallo drehen zu ich kann meine äxte nicht fangen warum nicht so die fans er braucht schon die fans mann jetzt überrennt die doch nicht so ich wollte doch ein bisschen spaß haben auch jetzt schon klar kein suizid poppy und ich banden das jetzt zu zweit ich bin gestorben oh nein hallo tschüss ja ja ich muss heute und sterbe ich tschüss tschüss nein er liebt nein ich hab's für alles gewichtet aber ich hab überlegt du bist faker ja ich bin fest ich wirklich, ich wirklich will das kill ich wirklich will das ich wirklich will das kannst du hier hin und dann gehen natürlich ich bin nicht okay nein 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 er kriegt mich nicht töte töte? ja töte 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 ja okay das nicht das ist ne hippie art um tot zu sagen yo ich bin meiner zeit voraus ich bin hipster ich bin immer noch aah war ne luxulti die kam aus dem nichts wie es licht halt so tut ne wir haben schon wieder ein ace gemacht zur hölle oh Gott ist die musik laut ne ne 99 ping aha du sagst immer dass es leckt wenn du schlecht spielt ne ist bei dir so, eine Standard Hagel der hab ich mittlerweile schon um gesehen ich kümmee oh kkkkk Dale WP, Cookies, Yeee. Danke. Es war eine sehr schöne Runde. Ja. War irgendwie... War... War lustig! Lustig, ähm... Ja, wollt ihr noch irgendwas sagen? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Chokla, kriegst du dich wieder ein oder eher nicht so? Oh, ein S- mit 6. Das runde den Tag. Das können wir ja auch noch eben gucken, was ich denn hab. A für Arschweg. Armin, hi. Das sagt man aber nicht im Internet. So cool, ich hab... Ich hab irgendwas bekommen. Ich hab ne Chest bekommen, yay. Was kann ich damit jetzt machen? Ja, weil ich ein S- gekriegt habe. Und wie in deiner Party sind, kriegst du auch eine Truhe. Aha, ich hab ne B-. Ich war also schlecht. Gut! Ey, werdet ihr vorher gefallen? Ja, ich war auf jeden Fall schlechter als ihr zusammen. Nein, B- ist immer noch gut. Ich hatte ja mit Lux vorhin D+. Das ist schlecht. Du hattest vorher D+. Ja. Ja, das ist wirklich schlecht. Aber wisst ihr auch, warum wir gewonnen haben? Von den Gegnern hat kein einziger ein Poro gefüttert. Und bei uns zumindest drei. Deshalb haben wir gewonnen. Poros gefüttert. Ja, wieso? Bei mir hat nur der Set noch einen Poro-Keks. Ah, ne, Moment. Ne, und die Tristana hat noch einen. Aber die anderen haben gefüttert. Deshalb haben wir auch gewonnen. Weil wir die Poros gefüttert haben. Meine lieben Freunde. Ja, ich... Respect the Poro. Respect the Poro. Ich habe... The Wonderland. Was? Ah, nee. The Wonderland thingy. Okay. Ich glaube, ich beende sie... Als... Als Skin. Mhm. Ich beende jetzt die Folge. Ähm. Lasst einen Daumen, damit es euch gefallen hat. Und schreibt Kommentare. Link zur ersten Folge zu Plays von LOL und zu Dappys Kanal in der Beschreibung. Und auch alle solche Videolinks einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich mal Tschüss. 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 Du wirst auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Oh, äh. Tschüss. Mein Gott. Alliance. Hä? Ich glaube Gott. Hallo Hoopa. Ich liebe Gott. Tschüss Komm groove dich jetzt ab. Ich liebe tuvo Thomas Sikra